Der Sonax Pflegeratgeber Sonax Auto Hartwachs ist ein flüssiges Hartwachs für neue und neuwertige Bunt- und Metallic-Lacke. Das Wachs wird einfach mit dem Sonax Schwammapplikator Supersoft in kreisenden Bewegungen auf den gereinigten Lack aufgetragen. Anschließend mit einem Sonax Mikrofasertuch nachwischen. Hochwertiges Kanauberwachs pflegt die Lackierung und schützt nachhaltig vor Witterungseinflüssen. Teerflecken werden schonend entfernt. Sonax Auto Hartwachs bietet einen hervorragenden Langzeitschutz und besticht durch spielend leichte Verarbeitung. Farben werden intensiviert und es entsteht spiegelnder Hochglanz. Der Sonax Pflegeratgeber